Everest, Rocky, Chase, Rubble Raus aus den Federn, mecke deinen Fellfreund auf, indem du deinen Finger hin und her bewegst Alles klar, ein neuer Tag voller Paw Patrol Abenteuer kann beginnen Die Hunde haben jeden Tag einige Aufgaben, genau wie du, fangen wir an Tippe auf das Glauben Um ein gesundes Frühstück, gib mir Kraft für den Tag Ziehe den Hunde nach einem kleinen Finger von links nach rechts und auf einen Leckerlisum zu fangen Das hat gut geschmeckt Es ist Zeit, deinem Fellfreund die Zähne zu putzen Tippe auf die Zahnenbürste am Waschbecken, um die Zähne putzen zu begehen Wische, um kreisförmig zu bürsten Wische, um auf und ab zu bürsten Wische, um hin und her zu bürsten Wische, geschafft Du hast alle Zähne gründlich geputzt Meine Zähne blitzen Die Hunde putzen unter den Püsten Tippe auf die Zähne putzen Tippe auf die Zähne putzen Und sehne auf die Zähne putzen zu begehen Wow, so viel Schaum Die Püsten seht sauber aus, wir können den Schaum abschneiden Tippe auf die Zähne putzen Und abtrocknen Tippe auf das Halt und ziehe es über den Püsten hin und her Und abtrocknen Tippe auf das Halt und ziehe es über den Püsten hin und her Tippe auf die Haardürste am Watt Tippe und ziehe es über den Püsten hin und her Tippe auf die Haardürste am Watt Tippe auf die Haardürste am Watt Das fühlt sich gut an Und ich seh super aus Tippe auf die Haardürste am Watt Tippe auf die Haardürste am Watt und das für ein wunderschöner Sonnendtag Tippe auf das blaue Kilo Tippe auf das blaue Kilo Dieser Feldmeund muss sich für den Tag anziehen Tippe auf das Kleidungsstück und mische Tippe auf den Pfeil um zur nächsten Aktivität zu wechseln Die Hundehäuser brauchen neue Hundebürsten und Kämpfe. Die Hämme für die Feldpflege. Seine Aufgabe ist es, sie aus Kathis Hundesalon abzuholen. Die Hundehäuser brauchen neue Hundehäuser. Die Hundehäuser haben sich. Die Kellfreunde werden Picobello aussehen dank all dieser Bürsten und Kämme. Das hat Spaß gemacht. Nun ist das Zeugnis fertig. Gebt dem Feldfreund ein Schraumbad vor dem Schlafengehen. Tippe auf das Blatt. Gebt dem Feldfreund ein Schraumbad vor dem Schlafengehen. Der Dreck ist weg. Tippe nun auf alle Schaumblasen, damit sie platzen. Der Dreck ist weg. Tippe nun auf alle Schaumblasen, damit sie platzen. Die Schaumblasen sind alle weg und der Schmutz auch. Ich bin sauber und gepflegt. Ich bin sauber und gepflegt. Tippe auf das blaue Bild mit dem Hundenapf um den Fuhl. Es war ein anstrengender Tag und dieser Feldfreund ist hungrig. Siegelt den Hundenapf mit einem Funger von Wechseln und die herunterfallenden Weckerlieder. Der Hundenapf ist kohlen. Der Hundenapf ist kohlen. Das hat gut geschmeckt. Tippe auf den Pfeil um zur nächsten Aktivität zu müssen. Tippe auf den Pfeil um zur nächsten Aktivität zu müssen. Ich wette, in diesem Psyjama werde ich was Schönes träumen. Es ist Zeit. Zipper auf die Zahnbürste abwaschen. Wäsche, um kalt und nicht zuhören. Wäsche, um auf und ab zu bürsten. Wäsche, um hierüber zu bürsten. Geschafft! Du hast alle Zähne gründlich geputzt. Meine Zähne blitzen! Zipper auf das Bett. Zipper auf den Licht. Gute Nacht. Schlaf gut. Zipper auf den Licht. Zipper auf. Zipper auf.